50 Tage Weihnachts-Countdown. Sie kommen in riesengroßen Schritten. Weihnachten steht vor der Tür. Was gibt es Schöneres als die Wohnung zu schmücken, sein Haus zu schmücken, vielleicht auch draußen was zu schmücken. Wir haben genau das Richtige für Sie, um alles weihnachtlich zu machen, alles glitzern, alles glänzt und richtig gemütlich und heimlich zu machen. Das gehört einfach zu Weihnachten dazu. Das stimmt. Ja, und wundervolle Deko, die darf natürlich nicht fehlen. Und ich habe heute besonders schöne Dekoration mitgebracht, einmal in Form von Natur, Dekoration und natürlich wunderbare Neuheiten in Form von Kerzen. Als erstes möchte ich Ihnen diesen wunderschönen Stern vorstellen, denn Sterne ist ja auch so ein bisschen das Symbol von Weihnachten. Und hier haben wir einen Rattanstern, also komplett oder fast komplett aus Naturmaterialien gefertigt. Wir sehen diesen wunderschönen Rattanstern, geschmückt mit diesen wunderschönen Zapfen, dann die roten Beeren, hier dann natürlich diesen kleinen Ast. Und man kann den hinhängen, der hat auch so ein kleines Fädchen oder, das habe ich letztes Jahr gemacht, anstatt Geschenkband, habe ich letztes Jahr an jedes Päckchen so einen Stern gehangen. Und das kam auch sehr gut an, weil du kannst dann diesen Stern auch wiederverwenden. Du kannst ihn dann hinhängen, so eine Geschenkschleife schmeißt man meistens weg, aber so einen Stern kannst du immer wiederverwenden. Ja, ich finde das eine ganz, ganz tolle Idee, die Weihnachtsgeschenke damit in die Schleife mit reinzubinden oder ins Band mit reinzubinden, weil es halt so ein natürlicher Stern ist. Also das ist ein echter Zannenzapfen, ne? Genau, das ist ein echter Zapfen. Schauen Sie, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Paket hat, so ein kleines Geschenk, ne, und weiß nicht so, wie soll ich das noch schön dekorieren, dann hast du halt hier die Möglichkeit, jetzt so einen kleinen Stern noch draufzulegen. Also es sieht wunderschön aus, meiner Meinung nach. Du kannst es aber zum Beispiel auch so als Tischdekoration nutzen, also du musst es nicht nur hinhängen, du kannst es auch irgendwo hinlegen. Es sieht einfach hochwertig aus, es ist unfassbar schön, es ist eine tolle Qualität, weil es eben Naturmaterialien sind. Ja, und das ist hier für kleines Geld. Ich meine, du musst mal überlegen, das sind Naturmaterialien, ja, und da zahlst du auf dem Weihnachtsmarkt locker 10, 20 Euro. Auch hier sparen sie ja fast die Hälfte gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Ja, sie sparen eine ganze Menge Geld und du hast absolut recht, gerade weil auf Weihnachtsmärkten, da wird ja so viel Geld dafür genommen, die gehen ja wieder los, da sind schon im Gange. Die Weihnachtsmärkte, da ist ja alles voll mit dieser schönen Deko, aber hier, der ist besonders hübsch, finde ich, aufgrund dieser Naturmaterialien. Und da kann man so viel mit machen. Eben, man kann ihn aufhängen, man kann ihn auf den Tisch, als Tischaufleger. Jetzt ist ja auch wieder die Zeit, wo man Leute, Freunde einlädt, Familie einlädt, zum Adventskaffee trinken. Und da macht sich so ein Stern natürlich hervorragend, wenn er mit auf den Tisch liegt, weil es eben auch diese Naturmaterialien sind. Ja, genau. Wie gesagt, dieser tolle Tannenzapfen und diese Beeren sieht absolut toll aus. Also es ist auch, persönlich sind das alles Highlights, die ich heute mitgebracht habe, weil sie überall diese Naturmaterialien wiederfinden. Ich bin ein großer Fan von Weihnachten, dekoriert man ja eh schon sehr, sehr viel und bunt. Aber wenn du dann ab und zu so ein paar kleine Highlights hast, die eben aus Naturmaterialien bestehen, ist das eben was Tolles. Das sollte so ein Mistelzweig sein, diese kleinen Rodenbeeren. Also ganz hübsch gemacht. NX5803569 ist die Bestellnummer für unseren tollen, tollen, handgefertigten Rattan Deko-Stern. Und den gibt es heute für 5,69 Euro. Das ist ein super Preis, weil der eben so schön gemacht ist. Der ist richtig mit Naturmaterialien gemacht. Eine Zierde für jeden Kaffeetisch oder als Geschenkverpackung, wie du gesagt hast. Oder einfach an die Tür oder das Fenster zu hängen. Das macht so diese weihnachtliche Stimmung aus. Dass man dekoriert, dass man sein Haus schmückt. Es ist ja ein Schmuck, den man da im Prinzip anbringt. Und Schmuck tragen wir alle gerne, aber eben hier besonders zu Weihnachten ist nun mal was ganz Besonderes. Das nächste finde ich auch total klasse und gelungen. Ja, das ist auch schön. Das ist so eine tolle Tischdekoration. Sie haben das vielleicht schon bei uns in der einen oder anderen Sendung gesehen. Zum Beispiel bei Kerzen oder einfach nur so als Dekoration für den Tisch. Auch das ist hier wieder eine ganz wertvolle Dekoration. Wir haben hier nämlich einen Tannenzapfengesteck. Also man hat hier erstmal diese Äste. Das sind echte Äste. Und die sind jetzt zusammengeflochten in Verbindung mit Holzsternen, mit Zapfen, Kiefernzapfen. Und dann kleine roten Beeren. Auch hier wieder Tannengrün und kleine Blätter. Sehr süß gemacht. Man kann das übrigens noch weiter dekorieren mit so ein bisschen goldenen Fäden. Du kannst aber auch noch kleine rote Kugeln dranhängen. Ich persönlich würde es so lassen. Also mir gefällt es so, wie es ist, sehr, sehr gut. Das ist immer so Geschmackssache. Man kann auch mehrere auf eine Festtagstafel hinlegen. Also wie so eine Art Läufer. Du kannst es eigentlich sehr, sehr vielseitig einsetzen. Ja, das ist ja das Tolle an diesen kleinen Natur-Deko-Elementen, dass wir die überall hinsetzen können. Auch kombinieren vielleicht. Und der ist auch wieder sehr, sehr schön. Das ist durch diese langen Hölzer, die da zusammengebunden sind, auch wieder mit Naturmaterialien. Die Sterne sagen uns auch Weihnachten. Das Ganze sagt Weihnachten, weil es eben auch in diesen Rot- und Grüntönen gehalten ist. Mit den braunen Tannenzapfen, den braunen Ästen. Das ist ein richtiges Kunstwerk. Das so, versuchen Sie mal, Äste so zusammenzubinden. Sehr, sehr ordentlich sieht das aus. Und sehr gemütlich vor allem. Diese Naturelemente hat man, die bringen halt Gemütlichkeit und Wärme damit dazu. Und das ist wieder ein ganz, ganz besonderes Schmuckstück für Ihre Wohnung oder so zum Essen. Kann ich mir das eben auch gut vorstellen. Legen Sie das einfach neben Ihren Adventskranz und damit haben Sie dann also wirklich tolle Dekorationen. Ja, auch das kannst du theoretisch wieder auf ein größeres Geschenk auch legen oder binden. Man kann das sehr, sehr vielseitig einsetzen. Was ich ja auch schon finde, ich habe sowas mal in einem Blumengeschäft gesehen. Und da hatte das eine Floristin selbst gebunden. Da kam das 20 Euro, so ein kleines Gesteck. Weil das ist ja auch wirklich sehr liebevoll gefertigt. Wir haben ja ein handgefertigtes Weihnachtsgesteck. Das ist handgefertigt. Also das ist jetzt nicht nur irgendein Gesteck, was hier aus der Maschine kommt. Ja, unser handgefertigtes Weihnachts- und Adventsgesteck hat die Bestellnummer NX8509569. Sie sparen 62 Prozent zur UVP und das ist auch wieder sowas, wo man auf dem Weihnachtsmarkt bestimmt das Dreifache für bezahlen würde. Hier unser handgefertigtes Weihnachts- und Adventsgesteck für 7,59 Euro hat die Bestellnummer NX8509569. Auch wieder sehr, sehr natürlich. Das ist halt durch diese Naturmaterialien kriegen wir nochmal einen Extraschuss Wärme und Gemütlichkeit. Und die Farben, es ist einfach Weihnachten hier. Also es ist ganz toll. Ich habe noch ein handgefertigtes Weihnachtsgesteck für Sie mit Teelichthalter. Das ist so ein kleiner Kranz und der ist jetzt ganz, ganz weit ab von diesen typischen Gestecken. Normalerweise hat man ja so ein Adventsgesteck, so ein Kranz, der besteht aus Tannenzweigen. Und hier haben wir aber fast ausschließlich, ich sage bewusst fast, diese kleinen Tannenzapfen in unterschiedlichen Größenformen. Längliche, etwas breitere. Du hast dann hier auch wieder die kleinen Tannnadeln, das Tanngrün, rote Beeren. Also ganz geschmackvoll gemacht. Jetzt habe ich hier mal so eine Stumpenkerze reingemacht, so eine rote Stumpenkerze. Sie können hier natürlich auch rausnehmen und vielleicht eine goldene reinlegen oder vielleicht auch ein Teelicht. Das ist Ihnen überlassen. Ja, das ist Ihnen überlassen. Das ist übrigens dabei. Aber wenn Sie wollen, können Sie das auch weiter dekorieren. Ja, Sie sehen hier mit dem Teelichthalter und dem Teelicht unser handgefertigtes Weihnachts- und Adventsgesteck mit Teelichthalter. Das kostet nur 14,24 Euro mit der Bestellnummer NX 8508 569. Und das ist so im Durchmesser, würde ich mal sagen, so 20, 25 Zentimeter. 23 Zentimeter, genau. Und damit haben Sie nochmal besonderes Licht. Gerade wenn das so leuchtet, ist das natürlich nochmal eine besondere Atmosphäre hier. Und so die Schattenwirft von diesen Tannenzapfen und den Nadeln da. Also ich finde das unglaublich toll hier. Die Beeren sehen so echt aus. Das ist überhaupt, das sieht so echt und natürlich aus. Ich bin echt beeindruckt. Vor allen Dingen, das ist so ein Kranz, den packst du aus, stellst ihn hin, fertig. Da ist das Teelicht dabei, da sind die Tannenzapfen dabei. Der Kranz ist fertig dekoriert. Und sowas mag ich einfach. Weihnachten hat man ja eh immer so ein bisschen Stress. Was schenke ich? Was koche ich? Was backe ich? Und da ist es eben schön, wenn man dann hier eigentlich, was die Dekoration betrifft, dass man da einfach komplett fertig ist. Ja, du kannst es einfach so auf den Tisch stellen und schaffst automatisch sofort die schöne Atmosphäre hier. Hier sehen wir es nochmal zusammen hier mit diesem Teelichthalter und wie schön das aussieht. Da gerade auf so einer weißen Anrichte wie bei uns hier im Bild finde ich total klasse. 14,24 Euro mit der Bestellnummer NX8508569 ist ab Lagerlieferbar. Wir haben alles ab Lagerlieferbar, also die Weihnachtsdeko bei uns. Wir haben gut eingekauft, dass Sie sich Ihr Haus zu Hause richtig schön machen können. Das ist unser handgefertigtes Weihnachts- und Adventsgeschick. Das ist ein Bestseller von letztem Jahr. Der hat die Bestellnummer NX8508569. Machen Sie es sich gemütlich und holen Sie sich Dekorationen nach Hause. Kinder werden, Augen werden glänzen, wenn es anfängt mit Weihnachten, mit der Dekoration überall in der Wohnung. Also ich war auch immer total aufgeregt schon als Kind, wenn dann eben die Dekoration rausgeholt wurde. Ingo, komm doch mal ein Stück zu mir, weil wir haben jetzt hier einen wunderschönen Kranz. Und das ist wirklich auch ein Highlight. Das ist ein Kranz, den kann ich entweder hinhängen, so wie wir das hier gemacht haben. Ich kann den aber auch theoretisch hinlegen auf einen Tisch und kann dann hier in die Mitte auch so ein Teelicht reinstellen. Oder zum Beispiel auch eine Kerze. Sie sehen, das Ganze leuchtet und glitzert und funkelt. Und ich finde, das ist ein ganz toller Kranz. Der ist erstmal riesengroß mit 28 Zentimeter. Dadurch kannst du ihn zum Beispiel auch schön in den Eingang hängen. Da sind die Gäste immer richtig willkommen. Und jetzt sehen wir hier einmal rote Holzblüten. Das sollen Rosen sein. Die sind aus Holz, also kein Plastik, sondern Holz. Dann haben wir goldene Sterne. Wir haben Tannenzapfen, wir haben Tannengrün, wir haben kleine Beeren. Und wir haben, und das finde ich ganz süß, wir haben so eine kleine Lichterkette. Sehen Sie das? Da befinden sich 20 warmweiße LEDs. Und jetzt werden Sie denken, ach naja, wenn ich das an die Tür hängen soll, dann brauche ich ja irgendwo eine Steckdose an Nähe. Ganz im Gegenteil. Dahinter ist ein kleines Batteriefach versteckt. Das heißt, Sie können diesen Kranz überall hinhängen oder aufstellen, wo Sie wollen. Ist das nicht toll, Ingo? Ja, das kann man nach draußen hängen, leuchtet, weil es halt die Batterien gleich dabei hat. Ich mag das ja, wenn dann etwas glitzert und leuchtet noch dabei. Und der ist auch wunderschön. Und diese Holzrosen sehen sehr natürlich aus, eben weil sie nicht aus Plastik sind. Die sind so mattrot, sind die angemalt. Und auch wieder ein wunderschönes Deko-Element hier mit den Sternen. Das sagt doch alles Weihnachten. Also die roten Beeren, das Tannengrün, die goldenen Sterne. Rot, grün und gold, ja fantastisch, oder? Passt einfach zu Weihnachten. Und auch hier ist wieder das Motto, auspacken, aufhängen, fertig. Du musst nicht mehr viel machen. Also selbst die LED-Lichterkette, überleg mal, wenn du eine LED-Lichterkette kaufst mit 20 LEDs, da zahlst du auch alleine auch schon 10 Euro, ne? Ganz, ganz, ganz schnell. Ich habe das jetzt bei uns gesehen, wir waren auch in der Stadt, im Drogeriemarkt. Sogar im Drogeriemarkt kosten die LED-Lichterketten schon 10, 15 Euro. Hier ist alles dabei. Sie brauchen nur Batterien reinzutun und schon erstrahlt dieser wunderschöne Kranz bei Ihnen zu Hause hier. Die Bestellnummer dafür ist die NX8188569. Das ist eben sehr, sehr schön. Ist in wenigen Tagen wieder da. Unser Weihnachtskranz mit 20 warmweißen LEDs, die sind schon dabei. Mit der Bestellnummer NX8188569. Wie gesagt, die sind mit der Beleuchtung, finde ich, sehr schön, weil es auch so dezent ist. Und diesem warmweiß und diese natürlichen Farben, die sagen einfach, Weihnachten kommt. Weihnachten ist bald da. Und das lässt alle Herzen höher schlagen. Richtig toll hier. Ist im Moment, kriegen wir die nächste Lieferung, kriegen wir, ist in wenigen Tagen auch wieder lieferbar. Jetzt kommen wir zu unseren Kerzen und Lichtelementen. Und da hast du auch eine ganze Selektion mitgebracht. Sie sehen schon, wir sitzen hier in einem Lichtermeer und Kerzen kann man ja das ganze Jahr über aufstellen. Als erstes möchte ich Ihnen unsere neuen Teelichter präsentieren. Also wir haben auch ganz viele neue Kerzen und das finde ich so schön. Schauen Sie mal, sehen Sie diese kleinen Teelichter? Davon bekommen Sie jetzt hier sechs Stück mit nach Hause. Die flackern auch wie echte Teelichter. Sehen Sie das? Also wenn du die jetzt zum Beispiel auch in so ein kleines Gläschen dekorierst, so ein Teelicht, du kannst da natürlich auch so ein paar Tannzapfen noch mit in das Glas hineinlegen. Davon bekommen Sie jetzt sechs Stück nach Hause. Die schaltet man hier in der Unterseite ein. Und wissen Sie was? Da bekommen Sie nicht nur die kleinen Teelichte nach Hause, sondern sogar noch die Knopfzellen. Die Knopfzellen sind hier schon mit dabei. Überleg mal, wo hast du mal überhaupt ein Spielzeug oder irgendwas anderes, wo schon kleine Batterien mit dabei sind. Und die bekommen Sie mit hier dazu. Und ich finde die so schön, gerade mal so Weihnachten auf einer Kaffeetafel oder in einer Geburtstagstafel oder vielleicht auch so mal in einer Vitrine. Und siehst du das, wie die flackern? Die flackern wie echte Teelichte. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, auch in so einem Windlicht, weil die sind natürlich also windunempfindlich. Wir haben bei uns im Eingang haben wir auch so ein Windlicht stehen. Da haben wir auch LED, weil das einfach dann die ganze Nacht brennt und ohne, dass der Wind das auspustet. Und der Flacker-Effekt macht wirklich was her, weil das aussieht wie eine echte Kerze ohne Flamme. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, die können Sie natürlich auch überall anbringen. Es gibt ja viele Vorrichtungen für Teelichter. Können Sie überall anbringen, vielleicht auch mal was ins Kinderzimmer stellen. Oder ich weiß, in Seniorenheimen und Krankenhäusern darf man natürlich auch keine echten Kerzen haben. Dafür sind die toll. Und hier ein 6er-Set mit Batterien. Die sind da schon drin, diese Knopfzellen. Die kosten ja einzeln auch schon eine ganze Menge Geld. Das wollte ich gerade sagen. Also ich habe schon mal eine Knopfzelle gekauft, da kam eine 1 Euro. Und jetzt sind hier bei diesen 6 Teelichtern, sind da die Knopfzellen schon mit dabei. Also das ist für den Preis einfach nur unschlagbar. Ja, hier unser 6er-Set. Das ist eine Neuheit. Unser 6er-Set LED Teelichter hat die Bestellnummer ZX6049569. 6 Teelichter für 6,64 Euro mit der Bestellnummer ZX6049569. Ich finde die richtig toll, weil es gibt so viele schöne Sachen, wo man Teelichter reinstellen kann. Aber die brennen halt, die sind irgendwann ausgebrannt. Und hier kann man eben mit der LED-Technik kann man die immer leuchten lassen. Wind unempfindlich, ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch keine Flamme, keine Hitzeentwicklung, kein Ruß. Man braucht kein Feuerzeug, einfach einen Schalter anmachen. ZX6049569 für ein 6er-Set. Unsere Neuheit hier. Und dann haben wir noch eine Neuheit, sehe ich gerade. Das sind ein 3er-Set. Alles Neuheiten heute. Das sind alles Neuheiten. Ja, stimmt. Ich lese das hier gerade. Mensch, wir haben ein 3er-Set dimmbare Kerzen jetzt wieder. Genau, und auch die, also vergessen Sie, was Sie bisher über Kerzen wussten und was Sie schon für schöne Kerzen gesehen haben. Also erst mal sind das hier 3 riesengroße Stumpenkerzen, LED-betrieben. Und das sieht so ein bisschen aus, als wären die unterschiedlicher runtergebrannt. Sehen Sie das? Und jetzt möchte ich Sie mal bitten, schauen Sie mal in das Innere der Kerze. Es ist einmal eine LED-Kerze. Und, Achtung, was jetzt passiert, ich kann die in unterschiedlichen Farben einstellen. Rot, Grün, Blau, Orange, Hellgrün, Lila, Gelb. Ja, du hast alle möglichen Farben, schauen Sie mal, so hübsch gemacht. Du hast hier sogar verschiedene Modi. Ja, das heißt, du kannst sie ineinander übergehen lassen. Und dann hast du hier sogar eine Timer-Funktion, denn Sie haben ja hier diese kleine Taschen, aber würde ich sagen, Färbedienung mit dabei, können Sie vier oder acht Stunden den Timer einstellen. Dann gehen die automatisch aus. Und was es auch noch gibt, ist dieses Ineinander-Fäden. Das heißt, hier hast du jetzt alle Farben, die ineinander übergehen. Siehst du das? Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und jetzt stell dir mal vor, gerade so in der dunklen Jahreszeit ist es kalt draußen und du kannst nicht schlafen. Und das ist doch was ganz Besonderes, oder? Also, das habe ich noch nie gesehen. Das sind auch so LED-Echtfax-Kerzen, wo man die Farbe verstellen kann. Das ist ja der Wahnsinn. Toll, ne? Ja, und das ganz einfach mit der Fernbedienung. Und da kann man so Farbübergänge auch machen, sagtest du? Ja, das ist das, genau. Dass man von einer Farbe in die nächste übergeht. Unglaublich. Siehst du, jetzt passiert es gerade. Es geht jetzt von diesem Hellgrün zum Dunkelgrün, zum Türkis, zum Hellblau. Das ist auch ganz hübsch, wer sich also nicht entscheiden kann. Schauen Sie, das passiert hier automatisch. Gefällt mir auch sehr gut, oder? Ja, habe ich noch nie gesehen. Finde ich absolut toll. Das ist eine Neuheit bei uns. Das Dreier-Set, Dreier-Set dimmbare RGB-LED-Kerzen. RGB bedeutet Rot-Grün-Blau und damit können Sie fast alle Farben machen. Das sind so die Grundfarben. Das ist der Hammer. Das habe ich noch nie gesehen. Ich finde das ausgesprochen toll. Und dann können wir hier eben, wie viel, zwölf verschiedene Farben einstellen oder beziehungsweise sogar ineinander übergehen lassen. Mit der Fernbedienung. Genau, also ganz heftig eingestellt. Also gefällt mir unfassbar gut. Aber dieses Multikolor, also dieses ineinander übergehen, finde ich am schönsten. Also RGB, Rot, Gelb, Blau. Das ist das Tolle. Und das für 13,29 Euro fürs Dreier-Set. Du kannst sie übrigens auch wie hier einzeln einstellen, wenn du das möchtest. Das Dreier-Set für 13,29 Euro ist unfassbar hier mit Fernbedienung. ZX 60 45 569. Eine Neuheit. Das Dreier-Set hier mit Fernbedienung, mit der Bestellnummer ZX 60 45 569. Also da könnte ich stundenlang dran sitzen, glaube ich. Toll, richtig toll. Wir haben auch noch weiter, noch eine Neuheit sehe ich hier gerade. Alles neu. Nochmal ein Dreier-Set flackernde LED-Kerzen, Anne. Schau mal, das ist jetzt auch was ganz Tolles. Hier haben wir drei riesengroße Stumpenkerzen. Also Sie bekommen nicht nur die einzelne Kerze, sondern auch drei in unterschiedlichen Größen heruntergebrannt. Also groß, mittel und klein. Und die sind jetzt hier eben auch so flackernd, wie du gesagt hast. Haben ebenfalls eine Timer-Funktion. Fernbedienung gibt es mit dazu. Das heißt, Sie können jetzt hier auf der Fernbedienung einstellen, wann hier die Kerze sich ausstellen soll. Und die sind sogar Spritzwasser geschützt. Sie haben einen IP44-Spritzschutz. Das heißt, du kannst sie sogar für den Außenbereich nutzen. Das ist ja irre. Und die kommen auch mit Fernbedienung? Ja, mit Fernbedienung. Damit du eben diesen Timer einstellen kannst. Das ist doch genial, oder? Wahnsinn. Das ist so, das kann man dann nach draußen stellen. Und damit hat man dann natürlich diesen Flammen-Effekt dann draußen oder am Fenster. Ich kann mir das schön vorstellen, so nach draußen ans Fenster zu stellen. Das ist ja immer so schön, jetzt zur Weihnachtszeit durch die Nachbarschaft zu gehen und zu sehen, wie haben die Leute ihre Fenster und ihre Häuser geschmeckt. Und das sieht so echt aus hier. Sieht sehr echt aus. Guck mal, wie die auch so flackern. Siehst du das? Die flackern und haben auch die Flammenform. Und genau, man hat hier wirklich ganz original diesen Docht und dann diese Flammen. Also es gibt ja Kerzen mit verschiedenster LED-Technik, einmal mit einer beweglichen Flamme. Aber hier siehst du richtig den Docht und deswegen gefallen die mir so besonders gut. Also auch diese drei unterschiedlichen Größen, die Stunkenkerzen mag ich eh total gerne. Ja, das sind die Kerzen alleine sonst. Also ich habe die auch wieder jetzt gesehen am Wochenende im Drogeriemarkt. Diese Kerzen, wenn die echt sind, die kosten ja auch schon 20, 25 Euro, weil das halt so beliebte Kerzen sind und so schöne Kerzen. Hier bekommen Sie das Dreier-Set mit Fernbedienung, tatsächlich für 12,34 Euro. Drei Kerzen mit Fernbedienung, 12,34 Euro. Die Bestellnummer ist die ZX6046569. Schauen Sie, die Fernbedienung ist ganz einfach an- und auszumachen. Können Sie auch individuell machen und natürlich mit der Timer-Funktion. Das heißt, abends stellt man die ans Fenster, macht sie an und dann leuchten die halt noch drei, vier, fünf Stunden. Genau, du musst dich um nichts kümmern, ne? Du musst dich um gar nichts kümmern, brauchst keine Angst haben, dass irgendwas runterbrennt und hast dann diese tollen, tollen Kerzen. Ganz, ganz toll finde ich die. Da sehen wir sie mal so auf so einem Tisch. Die kann man natürlich das ganze Jahr über benutzen, nicht nur zu Weihnachten. Also Kerzen machen auch im Sommer eine schöne Atmosphäre. Kerzen sind sowieso toll und hier haben wir eben das Dreier-Set flackernde LED-Kerzen mit der Bestellnummer ZX6046569. Sofort lieferbar, Ablage und Sie haben es gerade unten gesehen. Es ist nicht mehr lange bis Weihnachten, also werden Sie aktiv, rufen Sie an und schmücken Sie Ihr Haus zu Weihnachten. Ja, jetzt habe ich noch weitere mitgebracht und die sind auch toll. Also wer sich jetzt nicht entscheiden kann, ich weiß, die Entscheidung ist sehr schwer, aber bei dem Preis kann man auch gerne mehrfach zugreifen. Es gibt Menschen, die sagen, Mensch, ich liebe Kerzen alleine schon wegen diesem Geruch von diesem echten Wachs. Und da habe ich jetzt die Lösung. Wir haben hier LED-Kerzen, aber der Mantel ist aus echtem Wachs. Diana hat Ihnen das gerade gezeigt, wenn man da so mit dem Fingernagel lang geht. Siehst du, da erkennst du, dass es eben wirklich ein Echtwachsmantel ist. Und auch davon bekommen Sie jetzt sechs Stück nach Hause. Sechs dieser Kerzen, unterschiedliche Größe, also beziehungsweise unterschiedlich runtergebrannt. Das wollte ich sagen, unterschiedlich runtergebrannt. Und die flackern auch so schön hin und her, also wie eine echte Kerze. Ich sage dir eins, wenn du zum Beispiel sowas im Badezimmer stehen hast, du kannst, oder gerade so am Badewannerrand, du kannst nicht unterscheiden, ist es jetzt eine echte Kerze oder eine unechte. Klar, wenn man jetzt so direkt reinschaut, sieht man es. Aber durch dieses Flackern und durch diesen Echtwachsmantel sehen die so echt aus. Ich bin ein ganz großer Fan davon. Und überleg mal, sechs Stück für 18,99 Euro, das ist natürlich ein Knaller, oder? Ja, das ist gut drei Euro pro Stück. Sie sparen übrigens 36 Prozent zur UVP hier und einen Euro zum Pearl.de-Preis. Also der Katalogpreis, beziehungsweise auf allen unseren anderen Kanälen sparen Sie hier einen Euro bei dem Sechser-Set hier. Und auch da ist die Fernbedienung wieder mit dabei, ne? Die sind auch mit Fernbedienung. Auch mit dabei, ja. Also unglaublich hier. Schau mal, wie schön das aussieht. Ich stelle mir das so im Wohnzimmer hier mit dem Blumengesteck und den Büchern. Oder wie du gesagt hast, eben im Badezimmer. Es gibt ja nichts Schöneres, als ein Bad zu nehmen und dann diese Kerzenbeleuchtung zu haben. Total ungefährlich, weil die sind ja mit Batterie betrieben und kein echtes Feuer. Oder eben jetzt zu Weihnachten eben auch nochmal diese besondere Atmosphäre schaffen. Das ist unsere Neuheit hier, das Sechser-Set LED-Echtverkerzen, auch mit Fernbedienung für 18,99 Euro. Ein Sechser-Set mit der Bestellnummer ZX6047569. Diana, die fühlen sich echt an. Ich habe das gesehen, wie du dran langgekratzt hast und machen da eben auch noch dieses Gefühl dabei, ne? Riechen wir dran? Riechen die wirklich wie echter Wachs? Ja, stimmt. Das ist unglaublich, oder? Und ich glaube, das ist auch gut mit Fernbedienung. Sie können das auf dem Schrank aufstellen. Ja, genau. Und dann du kommst nach Hause, du musst nicht immer diese Kerzen nehmen und das anmachen. Ja, du kannst einfach einmal auf Fernbedienung drücken und dann alles schon an. Das ist unglaublich schön. Ja, wie gesagt, das ist ein Sechser-Set. Denken Sie dran, das ist ein Sechser-Set für 18,99 Euro. Die Bestellnummer ist die ZX6047569. Hier sehen wir nochmal alles zusammen. Fernbedienung und die sechs Kerzen, die eben da auch noch ein bisschen unterschiedlich runtergebrannt sind. ZX6047569. Jetzt lese ich hier, wir haben noch eins. Noch eine Neuheit. Und zwar ebenfalls ein Sechser-Set. Auch wieder mit Echtwachsmantel, auch wieder mit LED-Technik, aber diesmal unterschiedlich heruntergebrannt. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, ich will es dann auch sehr, sehr originalgetreu. Und dieses unterschiedlich heruntergebrannte, das ist ja persönlich mein Favorit. Ich liebe das ja, wenn die nicht gleich groß sind. Schauen Sie mal. Und da kannst du jetzt wirklich schön dekorieren. Man könnte hiermit theoretisch sogar seinen Adventskranz gestalten. Dass das jetzt zum Beispiel der Adventssonntag 4 ist, weil das ist am wenigsten heruntergebrannt. Du siehst hier drei verschiedene Größen und sechs Stück davon bekommen Sie mit nach Hause. Ebenfalls mit Fernbedienung. Das heißt, ich kann die hier auf einen Knopfdruck ausschalten, einschalten. Oder ich sage, nö, ich will weder noch. Dann hat man hier noch eine Timer-Funktion. Zwei, vier, sechs oder acht Stunden. Das heißt, die schalten sich dann auch automatisch aus. Das Problem ist ja dann immer, man muss alle Kerzen einzeln an- und auspusten. Und Sie haben hier sogar verschiedene Modi. Das heißt, hier unterschiedliches Flackern, was auch sehr, sehr schön ist. Du kannst sogar die Lichtfarbe einstellen. So ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Das finde ich auch sehr schön. Also das kannst du hier alles mit der Fernbedienung einstellen. Aber guck mal, ist das nicht toll? Zack, alle aus. Alle wieder an. Genial, oder? Ich finde das so praktisch. Und wie gesagt, du siehst sie ja nie von oben. Und so von der Seite her mit diesem Flackern. Sieht das halt wirklich aus wie echte Kerzen. Und macht eben dieses wohlige Gefühl, dieses gemütliche Gefühl. Man meint ja, die schaffen allein durch die Optik schon Wärme, weil das so schön ist. Das ist unser Sechser-Set, auch eine Neuheit. Unser Sechser-Set LED-Echtwachskerzen mit Fernbedienung. Und die haben die Bestellnummer ZX6048569. Sie sehen das hier sehr schön in unterschiedlichen, also sage ich mal, abgebranntstufen oder Längen eben. Die Bestellnummer dafür ist die ZX6048569 für unser Sechser-Set LED-Kerzen. All unsere Sachen, die wir gezeigt haben, die Licht hatten, brauchen natürlich Batterien. Und da möchten wir Ihnen auch noch ein besonderes Angebot machen. Genau, gerade für Sie eingeblendet ist AAA. Das sind die etwas kleineren Batterien. Die kommen in all unsere Kerzen. Bis auf die Teelichte, da sind die Knopfzellen schon dabei. Aber die kleinen AAA, die sind in all unseren Kerzen, die Sie heute gesehen haben, sind dabei. Da kommen jeweils drei Stück rein. Hier bekommen Sie also das praktische 20er-Set für 5,69 Euro. Das ist ein Knaller. Das ist ein Knaller. 20 Stück. 20 Batterien, das sind superalkaline Batterien, die halten auch sehr lange, haben die Bestellnummer PX1565569 für nur 5,69 Euro. Das zahlt man normalerweise für ein billiges Viererpack, was nicht superalkaline ist. Hier das 20er-Pack Superalkaline AAA, das ist die Mikrogröße, 5,69 Euro mit der Bestellnummer PX1565569. Wir haben noch ein weiteres Batterieangebot für Sie. Doppel A. Die sind jetzt zwar nicht in den Kerzen, aber Doppel A habe ich festgestellt im Haushalt. Das sind die gängigsten Batterien, deswegen habe ich die auch nochmal mit reingenommen. Doppel A hast du in ganz viel Spielzeug, Küchenuhren, Küchenwagen, Körperwagen oder auch gerade so Uhren. Also ganz, ganz viel Doppel A. Ich habe die zum Beispiel auch bei mir im Mülleimer, das ist so ein Automatik-Mülleimer, da habe ich die auch drin. Also Doppel A sind die gängigen, deswegen unbedingt beide Sets bestellen, Doppel A und Triple A. Wie gesagt, bei den Teelichtern sind die Knopfzellen schon dabei, das heißt, die sind ausgestattet. Sie bestellen heute hoch und runter und haben einfach für jahrelang Vorrat. Ja, Batterien kann man immer brauchen. Denken Sie auch an Weihnachten. Wenn Sie irgendetwas Batteriebetriebenes verschenken und es gibt keine Batterien, gibt es lange, lange Augen und alle sind sehr enttäuscht. Also unsere Kerzen sind schon sehr nachgefragt, höre ich gerade. Aber Batterien, es sieht wahrscheinlich bei Ihnen aus wie bei uns auch. Man hat eine Schublade, alles verschiedene Marken und man weiß nicht, welche voll sind, welche sind leer. Ja, gehen Sie auf Nummer sicher, holen Sie die Batterien, das ist ein super Preis. Schmeißen Sie Ihre alten weg, die sind wahrscheinlich nicht mehr gut. 20 Stück PX1569569 für die Doppel A Batterien, die gängigste Größe finde ich auch. Anne, tolle, tolle, tolle Deko hier. Danke dir. Ich fand alle Kerzen super. Die haben mich am meisten umgehauen, diese bunten, die man eben selber die Farbe verstellen kann mit der Fernbedienung. Also ran ans Telefon, dekorieren Sie Ihr Heim und lassen Sie Ihr Heim glitzernd im Weihnachtszaufer. Viel Spaß. Viel Spaß.